Bist du groß? Das ist ein großer, fetter Flieger. Meine Güte! Wow! Was für ein Kunststücke extra für mich. Wie schön! Freut mich! Freut mich! Freut mich! Freut mich! Freut mich! Jo, Freunde, guck mal, was da auf uns zukommt. Schon der zweite Fliege haben wir im Arsch, heute haben die Flutzeige Spaß zu nennen. Dass sie ganz nah an mir vorbeifliegen, ist das Glück heute. Das Glück habe ich ja nicht immer. Der Dach läuft ganz fantastisch wie gut. 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 Gut.